Jeden Tag werden weltweit 238 Frauen und Mädchen getötet, weil sie Frauen sind. 137 werden von einem Partner oder einem Familienmitglied getötet. 82 werden von einem aktuellen oder Ex-Partner getötet. Alle sechs Minuten wird eine Frau oder ein Mädchen zum Opfer. Alle sechs Minuten wird eine Frau oder ein Mädchen aufgrund ihres Geschlechts getötet. Geschlechtsspezifische Tötungen von Frauen müssen als Femizide anerkannt werden. Die Hintergründe und Motive für die Tötung von Frauen und Mädchen zu verstehen, kann den Regierungen helfen, potenzielle Opfer besser zu schützen und die Täter zu stoppen und zu bestrafen. Femizide können verhindert werden. Erkenne die Zusammenhänge. Untertitelung von Willen